haben wir 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 stein oder irgendwie sowas irgendwas schönes problem erst mal damit bräuchten wir noch eine ob es richtig geht mal her Hacke wenn wir doch den können wir damit lassen warte mal das sieht bestimmt auch geil aus so so da sah das mit stein besser aus so warte mal frei jetzt fehlen mir noch genug genau noch zwei ne ach komm hör auf ach ich weiß wo der fehler liegt ne hätte den hab ich noch irgendwo nein warte mal haben wir noch haben wir noch haben wir natürlich nicht gib mal her wo ist denn jetzt da so da ist das einmal fix was snacken bis allen wir müssen doch noch ein bisschen mehr ausleuchten so wir müssen doch noch ein bisschen mehr ausleuchten und hier noch einen erstmal so provisorisch hier so hier ist auch noch zu dunkel und da hinten noch einen so so gucken noch mal kurz du verarschst mich du willst mich echt gerade verarschen ach komm nochmal zwei hier, zwei da, passt den kommt da hinten noch halt welche, meine güte ja kommt her du lasst meine Fische in Ruhe bloß die andere bist abgehauen? na besser ist das für dich also jetzt darf hier drauf hier wohl nichts was bohren ich finde es bloß blöd das müsste ich auch noch aufstellen dass die Creeper Gebäudeschaden machen ich sag mal du baust dir alles schön schick auf und die springen dir einfach alles in die Luft das ist natürlich halt blöd aber ey was willst du machen? so 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 hallo ja dann machen wir mal einen kurzen Break dann würde ich sagen bis bis blutmond ach nö komm bis gleich bis gleich bis gleich